Ich bin Schöpach Ueli und ich bin hier im GP Mitverantwortlicher mit Jürg für die Startaufstellung. Wir schauen, dass die richtigen Leute am richtigen Ort sind. Nicht zu viele, nicht zu wenig und eigentlich alles zum Gunsten des Läufers. Meine Motivation ist eigentlich die Gesellschaftlichkeit. Gesellschaftlichkeit allgemein mit dem Verein oder mit den Vereinen. Du bist nicht in deiner Schranke von irgendeinem Dorfverein, sondern hier hast du die ganze Schweiz beieinander. Der GP Bern ist eine Zusammenkunft von gleichgesinnten Sportlern. Meine Motivation ist eigentlich die Gesellschaftlichkeit. Gesellschaftlichkeit allgemein für die Vereine, für die Dorfvereine und für die Vereine aus der ganzen Schweiz. Der GP, das ist, wie ich schon habe, angetönt, dass sie gleichgesinnte. Und dass sie nicht als ehrgeizige Gewinner sind, sondern dass sie ehrgeizige Mitmacher. Und das finde ich super. Mitmachen, nicht gewinnen. Das muss nicht Priorität sein, aber mitmachen, dabei sein. Das muss nicht erst, was wir haben. Das ist nicht woanders. Was wir gerade sein, dass die Gesellschaftlichkeit. Und das ist nicht woanders. Neuer sich nicht in der Gesellschaft.